Einen wunderschönen guten Tag, liebe Gäste, Freunde des Schnitzel-Taxis im Areal 82 in Edstein. Wir haben endlich auch Spargel auf der Karte. Ich habe gesehen, die ganze Welt isst Spargel. Ich habe noch ein bisschen gewartet. Ich wollte ein deutsches, gutes Produkt haben, bevor wir da irgendwie auf die ganze Welt zugreifen müssen. Wir haben es vor der Haustür, deswegen benutzen wir es auch. Weiterstatter Stang und Spargel habe ich jetzt besorgt. Und wir machen natürlich ein Schnitzelchen damit. Wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Ihr guckt zu, unser Spargelschnitzel. Kross und lecker ausgebacken, kommen sie frisch aus der Pfanne. Und zwar aufs Backfleisch. Da legen wir die Jungs hier schön nebeneinander. Das ist wie immer eine stramme Portion. So, schaut es euch an. Ganz einfache Geschichte. Jetzt kommt unten drunter ein bisschen was von unserem Schmand. Den kennt ihr schon. Den haben wir nämlich so ähnlich auf unserem Elsässer Schnitzel schon. Und dann kommt hier so jedes Eckchen so ein bisschen was. Das muss schön lecker schmatzig sein. Der ist gut abgeschmeckt. Das ist hervorragend. Das gibt die Basis unten drunter. Und oben drauf kommt, und damit es ein bisschen bunter ist, haben wir natürlich grünen und weißen Spargel gemacht. Ah, ist das herrlich. Ah, ist das toll. Der kommt hier oben drauf. Natürlich auch eine ordentliche Portion, Kinder. Ihr wisst ja Bescheid. Wir lassen uns da nicht lumpen, was das betrifft. Und was passt natürlich hervorragend dazu? Ein bisschen was vom Kochschinken. Den haben wir hier in feine Streifen geschnitten. Der kommt da auch mit drauf. Und als ob das nicht genug wäre. Ihr wisst mal, guck mich mal, guck mich mal, guck mich mal. Ihr wisst ja, was das Beste zum Spargel ist. Eine ordentliche Sauce Hollandaise. Und da haben wir uns natürlich was ganz Feines gemacht. Die gibt es oben drauf. Direkt aus der Easy-Flasche, warm und heiß aufgeschäumt. Und obendrauf, als ob es nicht genug der leckeren Sachen wäre, packen wir noch so ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen was, von unserem geriebenen Emmentaler. Und dann packen wir das Ding in den Ofen rein. Und könnt ihr, guckt euch das an, könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, wie geil das gleich rauskommt. Ich hau das rein und wir sehen uns gleich zum Essen wieder. Oh, guck mal da hin, guck mal da hin. Wenn ich jetzt noch irgendwas sagen muss. Eigentlich wäre es hiermit beendet. Bestellt euch das Ding. Okay, wir legen es da auf den Teller. Mann, ist das geil. Und guck mal, das ist die gratinierte Hollandaise obendrauf. Ein bisschen Käse für die Kruste, weißt du. Das ist einfach das alles. Mann, hab ich Bock drauf, ganz ein Jahr gewartet auf Spargel. So, komm her, komm her, komm her, komm her. Der ist so groß, der geht kaum drauf. Haha, schön sauber. So muss sein. Und guck mal, wie immer bei uns obendrauf ein bisschen grünes Frühlingslauf. Zwiebel, schicke. So, ihr liebe Leute. Das ist unser Spargelschnitzel. Im Link hier oben könnt ihr euch das ab sofort bestellen. Wir freuen uns drauf. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Der Bernd aus dem ARIA 82 haut sich jetzt diese Schnitzel ein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.